Ich begrüße euch zu meinem zweiten Rückblick-Video aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute will ich euch die nächsten 10 Videos aus meiner Reihe nochmal ins Gedächtnis rufen. Das insgesamt 11. erstellte Video hat das Thema Steuern. In diesem Video zeige ich auf, wie sich das Steuersystem verändern muss, dass es wirklich fair für jeden Bürger ist. Steuern sind wichtig, um politische Entscheidungen umzusetzen. Ich mache auf Steuervermeider und dessen Verhinderung aufmerksam und zeige Wege, wie der Bürger steuerlich entlastet werden kann. Der Link zum Video ist unten in der Videobeschreibung. Es geht weiter mit einem Video, welches verdeutlicht, wie die Polizei und der Rettungsdienst unterstützt werden kann, um die zu schützen, die für unsere Gesundheit und unsere Sicherheit einstehen. Dann kam aus aktuellem Anlass ein Video, welches aufzeigt, welche Schäden die Maßnahmen der Corona-Pandemie verursachen und wie diese zumindest in Teilen gezahlt und ausgeglichen werden können. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Im Video zum Thema Baustellen geht es darum, dass Bauprojekte besser organisiert werden sollten, ohne Dritte zu behindern. Jeder wird mir zustimmen, dass kilometerlange Baustellen, an denen nicht gearbeitet wird, aber den Verkehr beeinträchtigt, vermieden oder zumindest vermindert werden sollten. Das nächste Video mit dem Thema Elektro und Energie beschäftigt sich mit den Folgen der Energiewende und den noch zu verhindernden Folgen durch die Umstellung auf Elektromobilität. Das schließt im Übrigen auch die katastrophalen Auswirkungen für die Umwelt ein, welche die Umstellung auf Elektromobilität mit sich bringen würde. Auch dieser Link ist unten in der Videobeschreibung. Der Lobbyismus sorgt für schädliche Auswirkungen auch im medizinischen Bereich. In diesem Video über Gesundheit und Pharmazie mache ich auf Betrügereien und ungerechtfertigte Bereicherungen aufmerksam. Ein Dauerthema seit mehreren Jahren ist Klima und Umwelt. Die Aktivisten auf dem Gebiet denken nicht daran, dass man das Klima nicht schützen oder retten kann, wenn man die Umwelt zerstört. Der Link zum Video ist in der Videobeschreibung. Seit Jahren treibt die AfD die anderen Parteien in der Agenda vor sich her. Um jedoch die AfD nicht zu unterstützen, wird auf Wählertäuschung und Nicht-Einhaltung von Wahlversprechen zurückgegriffen. Im Video Das AfD-Paradoxon verdeutliche ich, dass die alteingesessenen Parteien ihre Politik nicht am politischen Inhalt, sondern nur nach Sympathie eines Initiators ausrichten und damit auch gegen ihr eigenes Programm und gegen eigene Wahlversprechen agieren. Im Video zum Thema Migration differenziere ich zwischen den unterschiedlichen Formen der Migration, also Asyl, Arbeitsmigration und Zuwanderung, und behandle auch das Thema Integration. Wer migrieren will, muss sich anpassen. Wer das nicht kann, hat kein Recht auf Einwanderung. Immer wieder wird von paritätischen Gesetzen oder Quotenregelungen geredet. Im Video über das Thema Quoten mache ich deutlich, dass Quoten jedweder Art, wenn diese die Begünstigung einzelner Menschen betrifft, für genau diese die Vollendung der Diskriminierung darstellt. Das waren die 10 weiteren Videos, welche ich in der Reihe Denkmal drüber nach erstellt habe und euch in Erinnerung rufen will. Alle Links zu diesen 10 Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Über einen Daumen hoch dieses Videos und alle unten verlinkten würde ich mich sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert einfach meinen Kanal. Jede Woche kommt ein neues Video aus der Reihe Denkmal drüber nach. Bitte teilt das Video mit euren Freunden. Ich würde mich freuen, mit euch über politische und gesellschaftliche Themen diskutieren zu können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.